So, hey ho, heute geht's auf Henlo. Ich hab gestern natürlich einiges falsch gemacht. Ich hab mir eine kleine Liste geschrieben, was man heute verbessern will. Und zwar kein Bier trinken, um sich die ein oder andere Pieselpause zu sparen, check. Mikrofon höher stellen, weil es schaut weder sexy aus noch ist gut für die Stimme, wenn man die ganze Zeit so da steht. Also das Mikro einfach höher stellen. Eine Stelle suchen, an der die Leute stehen können, halten können, schauen können. Vielleicht auch schon ein paar Leute stehen. Und dazu auch vielleicht vorher, wenn man die Stadt nicht kennt, so wie heute schon mal ein paar Stellen abgehen und mit Google Maps markieren, dass man danach auch wieder hinfindet. Ein paar Euros schon mal in den Koffer schmeißen, weil niemand mag gern den Anfang. Und Wasser mitnehmen für die Stimme. Eigentlich ganz logisch, aber ja, so Kleinigkeiten, die man dann doch aus der Erfahrung lernt. Und deshalb freuen wir uns auf Henlo, auf die Holländer und gehen's an. Voller Taten dran und es kann ja nur besser werden. Und heute Abend werden wir sehen, was im Koffer ist. Wir sehen uns im Koffer. Wunderte mal. Wunderte mal. Wunderte mal. Wunderte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020